Yo Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Brawl Stars Video hier auf dem Kanal. Heute werde ich euch meine Season Belohnung zeigen. Die ist echt heftig gewesen. Ich hatte jeden Brawler auf 600 Trophäen. Ich zeige es euch gerade noch mal. Ich habe das meiste Trophäen auch sortiert. Also wirklich jeden über 600. Die Season Belohnung war wirklich heftig. Oh mein Gott, hier ist einfach meine Season Belohnung. Mit Tara war ich zum Beispiel auch auf 800. Die sollte echt hoch sein. Ich habe jeden Brawler diese Season auch auf 600 gepusht. Okay schon mal 2.000. Ist schon eine Menge. 3.000. Let's go. Oh mein Gott, das sind richtig viele. 4.000. Was? LOL, über 5.000. Oh mein Gott, wir haben einfach 5.160 Star Punkte. So viel hatte ich noch nie. Es ist echt heftig. 5.160 Star Punkte. Let's go. Jetzt habe ich auch über 26.000 Star Punkte. Also kann ich mir irgendwann demnächst auch einen Goldmecker-Skin gönnen. Wird auf jeden Fall nicht mehr so lang dauern. Genau. Das war es dann auch schon mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie hoch eure Season Belohnung war. Dann bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und ciao.